Und da mit Themenwechsel im Rahmen des großen ORF-Schwerpunktes bewusst gesund, fit ins Leben, besuchen wir heute das Ringerdorf Inzing. Vorbildliche Jugendarbeit macht dort vieles möglich. Seit vielen Jahren ist der RSC Inzing das Tiroler Aushängeschild in der Ringer Bundesliga. Über 60 Kinder und Jugendliche sind mit Feuereifer und viel Spaß beim vielseitigen Training dabei. Super! Super! Besonders wichtig ist bei den Kleinen Spiel und Spaß, sag ich mal. Spaß an der Bewegung und dass sie es einfach gern machen. Wir probieren es einfach mit Spielen, die Kinder Freude zu bereiten an der Bewegung, das ist ihnen das Ziel. Und es gelingt. Die Kinder und deren Eltern sind von der Nachwuchsarbeit des RSC Inziehen begeistert. Was fällt dir besonders gut? Hexenfangen. Was tut man denn da? Über das Rotor muss man da Rollen machen und die Hexen auch. Und wenn man fangen ist, muss man dann so machen. Ich denke, dass es total wichtig ist, dass sich die Kinder bewegen, dass sie Spaß haben am Sport, an der Bewegung, zusammen. Dass sie zusammen was machen. Und das ist einfach toll. Gerade in diesen Zeiten, wo viel Computer und Handy ist, ist das besonders wichtig, weil viele Kinder einfach schon nicht mal meine Rolle vorwärts kennen. Die wissen nicht mal, wie das geht. Oder Radl oder die einfachsten Sachen auf einem Bein springen, ist oft schon unmöglich für Kinder. Und wir lernen das da spielerisch und die Kinder mögen es auch nicht. In drei Gruppen werden die Kinder und Jugendlichen von 5 bis 15 Jahren in Inzing betreut. Es wird überall der Sport reduziert. Die Familien gehen auch nicht mehr so viel hinaus in die Natur. Die Kinder oder die Familienverbünde sind schon gar nicht mehr so, wie es vielleicht früher oder in meinem Alter noch war, wo man einfach eigentlich ausgejobt worden ist. Natürlich kann nicht jeder Spitzensport betreiben. Aber uns ist wichtig, dass die Kinder lernen, in der Gemeinschaft zu sein. Sich da ein bisschen einzufügen, Disziplin zu lernen. Wir versuchen, dass wir so viel wie möglich Jugend zu uns in den Verein bringen, weil wir glauben, dass die gesamte Ausbildung, die ganzheitliche Ausbildung einen extremen Wert hat. Und dass die Jugend von heute eben leider Gottes in der Freizeit relativ wenig macht. Und bei uns kriegen sie halt die Möglichkeit, dass sie sich richtig austoben können und spät rein. Und so ein jahrelanges Training kann später auch bei anderen Aktivitäten durchaus nützlich sein. Also bei mir ist es so, dass man schon ein, zwei mit dem Radler aufgestellt hat. Und dann habe ich einfach inzwischen so Reflexe, dass ich mich automatisch schön abrolle und dann nicht wirklich viel passiert ist. Ich habe gelernt, wie ich mit meinem Körper umgehen kann. Ich habe verschiedene Sachen gelernt und es hat mir viel gebraucht. Die Bärchen. Oh Gott! Oh Gott! Vielen Dank.